also wie ihr hören könnt hubschrauber überall in der stadt in die stadt selber bin ich absolut nicht reingekommen ist alles abgesperrt und die polizei hat mir erzählt dass sie dann immer so abgesperrt wird die straße je nachdem wo die herrschaften so haben sie mir das erzählt sich dann gerade aufhalten ihr hört die hubschrauber hier hört ihr überall in der stadt im auto kann man in die stadt nicht rein und das hier ist jetzt das frankenberger viertel man kann hier ganz in ruhe laufen weil es sind alle leute haben die stadt verlassen alle bürger achens so viel polizei und militär habe ich noch nie in aachen gesehen ich habe es natürlich nicht gefilmt kann ich auch nicht das würde ärger geben und überall an jeder kreuzung an jedem wichtigen gebäude in jedem bankgebäude an jedem öffentlichen gebäude überall 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 polizei militär versteckt das militär hier im frankenberger viertel zum glück nicht hier ist ruhig hier sind die menschen ruhig unter sich die menschen ruhig unter sich